Ich zeige euch, wie ihr eine Arbeitsumgebung importieren könnt in Archicad. Konkret geht es um meine eigene, die ich euch unten zum Download bereitstelle. Danach erkläre ich, was ist überhaupt eine Arbeitsumgebung, was macht die alles und warum ist es sinnvoll, Arbeitsumgebungen zu konfigurieren und auch zu speichern und gegebenenfalls zu exportieren, damit man sie auf möglichst vielen Rechnern, Arbeitsplätzen in gleicher Form importieren kann. Zunächst mal sehen wir hier Archicad mit einer bestimmten Arbeitsumgebung. Die Arbeitsumgebung heißt Wichtigste Paletten 22. Und jetzt möchte ich gerne meine Arbeitsumgebung installieren. Optionen, Arbeitsumgebung, Arbeitsumgebung. Ganz wichtig, ich muss hier oben auf den Oberbegriff Arbeitsumgebung klicken und dann sagen Importieren. Normalerweise wisst ihr, wo das ist. Ich habe das hier in meinem Ordner, der heißt AC22 Templates und das Profil ist in einem Ordner. Ich brauche das einfach nur anzuklicken und auf Auswählen gehen. Jetzt sehe ich das hier in der Liste und muss dann da nochmal draufklicken und kann jetzt sagen Importieren. Ich habe jetzt hier das Profil und kann das auch anwenden. An der Stelle schon ganz kurz, ich habe auch damit für die Unterschemata bestimmte Konfigurationen installiert, die auch alle HS heißen. Und bei Befehle heißen die HS Befehle 22. Ich komme dann später nochmal dazu, was es damit auf sich hat. Jetzt möchte ich dieses Profil erstmal auch wirklich anwenden, denn nach wie vor sehe ich ja wichtigste Paletten 22. Jetzt gehe ich auf markiertes Profil anwenden, ja, anwenden und okay. Und jetzt räumt Archicad das Ganze ein bisschen um und man sieht meine Arbeitsumgebung. Das war es schon zum Thema Arbeitsumgebung importieren. In diesem Fall meine, die ich euch da unten als Download-Link eben wie gesagt zur Verfügung stelle. So, nachdem wir das jetzt geschafft haben, will ich euch auch kurz erklären, was es mit meiner Arbeitsumgebung auf sich hat. Also das Interessanteste oder Auffälligste vielleicht ist, dass die Infopalette links ist und nicht mehr da oben. Und meine Werkzeuge sind nicht in einer Palette, sondern sie sind in einem Dropdown-Menü, was man da oben sehen kann. Und da seht ihr jetzt eine Liste der Werkzeuge, die kennt ihr natürlich schon, jeweils mit Namen daneben und vor allen Dingen einem Kurzbefehl. Also die Kurzbefehle, die Archicad hat für diese Werkzeuge, die man auch anpassen kann übrigens, so dass man auch immer gleich weiß, okay, also zum Beispiel, das brauche ich wirklich oft, dann könnte ich auch mit dem Kurzbefehl Shift-D merken. An dieser Stelle kurze Anmerkung, das Ganze stammt nicht von mir. Diese Idee stammt von Jared Banks, da habe ich zumindest die Idee her. Jared Banks ist ein amerikanischer Graphisoft-Experte und hat seine Seite Shunome Architects, auf der er auch unter anderem diese Arbeitsumgebung erklärt, Work Environment und auch zum Download zur Verfügung stellt. Sortiert sind die Werkzeuge nach 3D, 2D, dann die entsprechenden Marker für die Sichten und die Bemaßung und ganz unten die Importbefehle für Bild und Zeichnung. Das ist also eine andere Sortierung als in der klassischen Arbeitsumgebung. So, je nachdem, was ich dann für ein Werkzeug ausgewählt habe, seht ihr dann hier in der Infopalette relativ viel. Die Symbolleiste, die also da oben, dieses schmale Band mit den Befehlen, habe ich auch selbst zusammengestellt. Im Grunde genommen sind es zwei. Ich habe hier nämlich den Ebenenumschalter. Das ist eine Symbolleiste, die ich dort integriert habe. Die ist gar nicht von mir, die habe ich da nur hingesteckt. Und der Rest ist meine eigene Symbolleiste. Da sind meine Lieblingsbefehle drin, die ich immer brauche. Es gibt auch noch mehr Dropdown-Menüs. Das sind schlicht und ergreifend Menüs, die ich da reingesteckt habe, die dann in dieser Form erscheinen. So, das war das Zweite. Was ist eigentlich meine Arbeitsumgebung? Ich zeige nochmal ganz kurz die zum Beispiel Studenten 22. Also man sieht hier links die Werkzeugpalette, oben die Infopalette. Das Wandwerkzeug ist auch aktiv. Ich sehe jetzt da oben einen Teil der Infopalette und ich muss jetzt ganz viel scrollen, um dann alles zu sehen. Was ich aber ganz besonders nervig finde, ist diese Werkzeugpalette. Auch die Frage, wie man jetzt an die Werkzeuge kommt. Also das Linienwerkzeug, was ich wirklich oft benutze, oder das Schraffurwerkzeug. Die sind dann da ganz unten unter Dokumentation versteckt und sichten. Auch da gibt es dann die Schnitt- und Ansichtswerkzeuge, die man also auch relativ oft braucht. Man kann das zwar auseinanderziehen, dann wird es ein bisschen größer und auch dann ist es immer noch nach meinem Geschmack eben nicht ideal sortiert. Dritter Teil dieses Tutorials nochmal, was ist überhaupt eine Arbeitsumgebung? Ich gehe auf Optionen, Arbeitsumgebung und schaue mir das mal ganz kurz an. Nur ganz grob. Arbeitsumgebung ist eigentlich eine Zusammenfassung von Teil-Schemata. Ich habe also bestimmte Unterpunkte, die vergleichsweise komplex sortiert sind. Also zum Beispiel die Anwender-Voreinstellungen. Da gibt es richtig viel. Dialogboxen und Paletten. Wie verhalten die sich eigentlich? Auswahl- und Elementinformationen. Welche Farben werden gezeigt bei der Vorauswahl? Tracker- und Koordinateneingabe. Den sieht man im Moment gar nicht. Das ist ein Fehler in meiner Arbeitsumgebung. Nehmen wir mal an, ich möchte, dass der immer gezeigt wird. Bei den Eingaben während des Zeichnens und der Werte-Eingabe. Jetzt klicke ich nicht auf OK, sondern ich gehe jetzt erst wieder auf Anwender-Voreinstellungen. Da steht jetzt individuell, weil ich gerade was geändert habe. Und ich möchte, dass diese Änderungen jetzt Teil meines Schemas HS werden. Und deswegen gehe ich jetzt da drauf und sage Ändern. So ist es gut. Ändern. Jetzt ist das individuell auch wieder weg. Und wenn ich jetzt nachschaue, sehe ich, dass die Eingabe jetzt hier gespeichert ist. Erst dann kann ich auf OK klicken. Erst dann ist diese Option tatsächlich in meiner Arbeitsumgebung integriert. Also nochmal, es gibt sechs Unterschemata, die zusammen die Arbeitsumgebung ausmachen. Die Arbeitsumgebung selber enthält eigentlich nur eine Information darüber, welche Konfiguration der Unterschemata benutzt werden. Wenn ich also hier zum Beispiel auf große Zeichenfläche 22 draufgehe, sehe ich, welche Konfiguration der Unterschemata die enthält. Bei mir zum Beispiel steht da relativ oft HS, weil ich eben für die Unterschemata eine eigene Konfiguration vorgenommen habe. Ich habe zum Beispiel den Tastaturkürzel geändert. Bei den Werkzeugen das Gleiche. Das ist ein bisschen komplex. Wenn ihr was ändert in einem der Unterpunkte, denkt daran, dass ihr immer nochmal zurückgeht auf diesen Oberbegriff, dieses Unterschemas, wenn man das so nennen möchte. Und da wirklich genau schaut, dass ihr in eurem Profil, in eurer Konfiguration das Ganze ändert. Ich zeige euch mal ganz kurz, was das bedeutet. Symbolleiste. Da seht ihr, ich bin jetzt in meinem Schema HS-Befehle 22. Da sehe ich jetzt hier, welche Symbolleisten gibt es eigentlich in meiner Arbeitsumgebung. Unter anderem HS-Standard MacBook Pro. Das ist die, die ich selber gemacht habe. Ich könnte auch eine neue anlegen, neue Symbolleiste. Und bestücken tut man die dann von links. Links ist sozusagen das, was alles da ist. Da sieht man, was Gleichigkeit anbietet. Aktuelle Menüstruktur, alle Befehle nach Thema. Das ist auch schön. Oder noch besser in alphabetischer Reihenfolge. Das sind alle Menüs in alphabetischer Reihenfolge. Dann gibt es die Befehle, die in den Menüs enthalten sind, auch in alphabetischer Reihenfolge. Das sind natürlich dann echt viele. Und ich kann also wahlweise einzelne Befehle oder Menüs hier rechts in die Symbolleiste reinziehen, die ich da sozusagen neu geschaffen habe. Hier sieht man zum Beispiel das Menü Werkzeuge. Das Menü Bearbeiten oder Verändern. Und das Menü 3D-Textur habe ich da reingezogen. Die anderen Sachen sind lauter Einzelbefehle. Und wenn ich jetzt so ein Menü habe, dann kann ich da doppelt draufklicken. Und dann komme ich sozusagen eine Etage tiefer und kann mir dieses Menü anschauen. Und im Menü sieht man dann die Werkzeuge. Und ich kann hier mit diesen kleinen Anfassern diese Werkzeuge hin und her schieben, damit die Werkzeugpalette sozusagen umsortieren. Dieses Trennelement kommt hier von links. Da gibt es hier ganz unten das sogenannte Trennelement. Das kann ich also darüber ziehen und damit sozusagen ein bisschen Ordnung schaffen. Ich kann dann hiermit wieder nach oben gehen. Bin wieder in meiner Symbolleiste. Ich kann jetzt auch noch neue Symbolleisten anlegen. Ich kann auch bestehende Symbolleisten, wie zum Beispiel, sagen wir mal, einfaches 3D könnte ich nehmen und da noch ein bisschen was anderes reintun. Wichtig ist nur, wenn ihr was geändert habt, dass ihr dann wieder hier links drauf geht und schaut, wenn da individuell steht. Das heißt, ihr habt etwas geändert, dass ihr dann entscheidet, welchen der bestehenden Konfigurationen ihr das zuschlagen wollt. Und dann klickt ihr auf die drauf, zum Beispiel jetzt meine eigene, und sagt ändern und dann wird das sozusagen angepasst. Ich habe jetzt also eine eigene Arbeitsumgebung installiert durch Importieren. Ich kann die jederzeit weiter bearbeiten, optimieren für meine Arbeitsweise. Arbeitsumgebungen sind vor allen Dingen dazu gedacht, bei mehreren Arbeitsplätzen in einem Büro oder in einem Team für gleichartige Oberfläche zu sorgen, auch für gleichartige Optionen und Verhaltensweisen bei der Benutzung des Programms. Deswegen gibt es natürlich auch ergänzend die Möglichkeit, eine Arbeitsumgebung, die man einmal geschaffen hat, zu exportieren. Und ich bin jetzt hier wieder in dem Dialogfenster Arbeitsumgebung. Ich habe die Arbeitsumgebung hier links ausgewählt. Ich bin also sicher, dass ich hier mit HS eine Arbeitsumgebung habe und nicht ein Unterschema. Und jetzt kann ich hier auf Exportieren klicken. Und in dem Fall kann ich dann sowohl einen Namen angeben, als auch einen Dateipfad. Das ist also ein ganz normaler Speichern-Befehl. Und dann kann ich auf Exportieren klicken. Und weil ich das schon gemacht habe, kann ich das an dieser Stelle abbrechen. Wenn ihr das Ganze exportiert habt, dann habt ihr einen Ordner angelegt. Dieser Ordner hat den Namen, den ihr der Arbeitsumgebung gegeben habt. In diesem Fall ist es HS. Der Ordner hat sieben Unterordner. Sechs davon sind die Teilschemata der Arbeitsumgebung. Ein Zusatzordner heißt Extras. Was es mit dem auf sich hat, weiß ich jetzt nicht. Was wir hier haben, in Wahrheit, sind lauter XML-Dateien. XML ist ein plattformübergreifendes Format. Extendable Markup Language ist eine Variante von HTML und ist damit auch plattformübergreifend und herstellerunabhängig. Und diese Dateien werden also importiert, wenn ihr diese Arbeitsumgebung, wie im Video gezeigt, importiert. Rollstuhlubb 65- Untertitelung des ZDF, 2020